Ja, willkommen zurück bei meinem Kanal. Wir öffnen drei Booster von Magitex Champions League 21-22. So, mal gucken, was wir da so Feines drin bekommen. So, die Powerkarte holen wir schon mal nach vorne und ich sehe schon einen Club 100, sehr nice. Wir haben Next Gen Andiurin, dann haben wir das Mailand-Logo, Blind oder Blind, dann Bono, Pepe, dann haben wir Mandy, Reus, dann Barnes, Oxlade-Chamberlain und wenn wir den Club 100 hier nach vorne, das ist Diaz, sehr nice. Dann haben wir hier Defensive Warrior Bissaka und dann haben wir noch Goal Machine C. Ferovic. Guter Start, mal gucken, ob wir das fortsetzen können. So, holen wir die Powerkarte gleich mal nach vorne. Das ist Marquinhos' Man of the Match, sehr nice. Dann haben wir hier DeLicht con Dogbier. Dann haben wir Capoe, Mendes, Berquin, Telles, Jota, Walker. Dann haben wir hier eine Heritage-Karte von Giorginho. Dann haben wir Super Saver Ramiro. Und dann haben wir noch Defensive Warrior DeLicht. Und dann kommen wir noch zum dritten Booster. Und noch ein Match final. Sehr cool. So. Starten wir hier mit Heuberg. Dann haben wir Dürun, Kjer. Dann Gomez, Corona. Raffinia, Brandt. Dann Suyenshi. Alexander Arnold. Dann haben wir hier eine Crystal-Karte von dem Logo von Sevilla. Dann haben wir hier Goal Machine Antonio. Und unsere letzte Karte ist Midfield Masterclass James Madison. Ja, wenn euch das Unboxing gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da die nächsten Tage werden noch Blister kommen, etc. Booster-Unboxings. Und ich hoffe, ihr freut euch da drauf. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und ciao.